Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Lost Ark. Wir wollen uns jetzt mal mit Punkt 3 hier beschäftigen. So, Besiege und der Weltdämon. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Mal gucken hier. So, ja. Okay, 4 von 5 und 1 von 3. Okay. So, Moment mal, wie komme ich denn jetzt hier mal weiter? Ja, genau, Leute. Komm, komm, komm. Okay, 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 okay. Oh, hier oben sind wir schon wieder weg. Dann gehen wir dann mal hoch. Nochmal wieder. Ach, kacke. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück und geben die Quest ab. Jetzt, wo wir sie so bravourist bestanden haben. Habt Dank. Mögen die Götter mit dir sein. Danke. Jetzt können sich die Geflüchteten sicherer fühlen, die hier Zuflucht suchen. Ähm, nein, die Götter, das war ja die andere. Ähm, was kommen wir geworden? Das ist überhaupt noch mal. Ach, hier abschließen. Gut, dann haben wir jetzt hier unten noch wieder eine Quest sehe ich gerade. Hm, das ist ein bisschen unangenehm. Könnte ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Ich habe einen Schüler namens, äh, Piamo. Er sagte, er wolle seine Schwesterin Bella besuchen, die wohl mit Prinz Tyran hierher zurückgekehrt sein soll. Es ist aber, nee, er ist aber nicht zurückgekommen. Aber er sollte eigentlich inzwischen die Reise zum Dorf Freyat und zurück geschafft haben. Es ist möglich, dass er noch im Dorf ist. Er und seine Schwester stehen sich recht nah. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Könntest du auf dem Weg die Augen nach ihm offen halten? Wow, wirklich. Okay, warte mal, jetzt probieren wir mal die Karte. Fehlgeschlagene Lieferung. Warte mal, wo muss ich denn hier entlang? Hier, 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 ja. Ach, was, dann machen wir jetzt mal. Da wir ja gut zu Fuß sind und jeder Gang macht schlank. Das ist das. Okay, aber was ist das hier? Keine Ahnung, wenn ihr wisst, dann schreibt das mal in die Kommentare. Oh, was? Was, was ihr? Was ist das? so leute kommt man mit hier ja ja wunderbar ja ja komm komm da woher ja komm 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 Oh, oh, oh! Gute. Okay, los Leute, geht's her. Da ist ein Tagebuch im Gewand, ah, dieses gefallene Mönchs. Morgen kehrt meine Schwester zurück. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Ich war so froh zu hören, dass sie wohl auf ist. Ich kann das kaum erwarten, sie wiederzusehen. Meine Rivella wird eine Ritterin im Dienst von Prinz Theraine. Was für ein freudiger Tag. Morgen werde ich mich, äh, morgen werde ich mich früh auf den Weg machen, um uns zu begrüßen. Das wird ein toller Tag. Äh, finde den verschwundenen Mönch. Auch da hinten. Okay, gut. Weiter geht's. Ah, komm, naja, Leute. So, habt ihr mir davon. Ah, Leute. Ja, Leute. So, dann gehen wir mal hier entlang. So, ich habe jetzt so keinen Plan. Okay, lass uns mal runterfahren. Und ich muss jetzt hier zwar nicht hin, aber ich bin jetzt mal neugierig. Wo kommt man denn jetzt hier hin? Achso, hier muss ich auch entlang. Das sehe ich gerade. Wenn ich da hin will. Ich gehe da gar nicht anders. Ja? Ne. Ne. Ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Okay, gut, dann muss ich jetzt warten, dass die... Äh, die... Nein, der Fahrstuhl wieder hier oben ist. Okay, dann wollen wir mal. Okay, jetzt nehmen wir erst mal den Teleporter hier. Die Teleporter, die Teleporter, die Teleporter, die Teleporter. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Alles klar, das haben wir hier unten entlang. Und wir sind ja gleich da. Ja. Ach, Erntewerkzeug aus, oh Gott, wie macht man das eigentlich noch mal? Turmbeutel vergessen, Erfolg abgeschlossen. Ne, jetzt zerlegen. Erntewerkzeug aus, ich weiß gar nicht mehr, wie man das jetzt macht. Äh, warte mal. Ausgrabung. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Ernte... Wollen wir, wo ist das hier? Ah ja, alles klar. Ich hab jetzt nur im Moment überhaupt keine Ahnung mehr, wo war denn das Erntewerkzeug denn jetzt? Entschuldigung. Oh, komm, komm. Ah! Okay, das scheint jetzt irgendwie zu funktionieren. Ich hab das so lange nicht gespielt, ich muss wieder reinfuchsen. Okay. 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 Heiden. Ich werde Luterra verteidigen bis zu meinem Letzten. So, wir werden natürlich auf dem Weg dort hin zum Tri-Potter hier mal alles mitnehmen, was wir können. So, und dann reisen wir mal. Ich bende jetzt hier den Part, ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass es uns gefallen hat. Daumen wir ein Abo und sagt, dass wir uns nicht wieder dabei sind. Bye, bye.